Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Jährling Place Valhelsia 2. Und jetzt seht ihr es hinter mir schon, es hat so ein kleines bisschen was verändert. Ja, wo ist nur die Diaform hin? Die ist plötzlich weg. Ja, das hat auch einen bestimmten Grund. Die waren jetzt so langsam. Ich habe das Ganze jetzt mal an die andere Mauer rüber gebaut. Sonst ist es auch noch ein bisschen verändert worden. Ich habe jetzt das Problem lösen können, dass das quasi ab und zu mal abgestürzt ist. Und ich habe jetzt einfach nochmal das Doppelte gemacht. Das Doppelte war immer gut. Das sind quasi unten zwölf Bäumchen. Ja, da werden es wegrasiert. Und oben zwölf Bäumchen. Da geht ihr jetzt ein bisschen mehr vorwärts. Genau, ihr seht schon das ganze Holz, das wandert hier in die Diamond Chest. Ja, ich habe natürlich hier... Ja, also es ist völlig unnötig. Ui. Ja, ich habe es einmal ein paar Stunden laufen lassen. Es ist völlig unnötig, hier einen Diamond Chest hinzubauen. Aber es ist die Diaform. Mal ganz ehrlich, wenn nicht hier wo dann eine Diamond Chest. Also ganz klar, genau. Wir schnappen uns mal die ganzen Dia aus. Einen lasse ich da drin. Ich hätte nämlich den gerne ganz vorne. Und ja, genau. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mehr Bäume. Genau, mehr Bäume bedeutet, ich brauche die Ultimate Smelting Factory. Ich habe die quasi mal geupgradet. Da gibt es so Upgrade Kits. Heißen die Upgrade? Oder heißen die anders? Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Wie heißt denn dieses Mechanism-Ding ins Kirchen? Die Elite Tier Installer. Mit Shift-Rechtsklick draufgeklickt. Und dann den Ultimate Tier Installer. Und dann bekommt man die krassen Maschinen. Genau, es ist einfach nur so ein Holzblock in der Mitte als Platzhalter. Und habe das mal mit der Smelting Factory gemacht. Und mit der Sawing Factory. Habe dann hier nochmal ein Stack Upgrade hinzugefügt. Stopp. Jetzt zieht er das auch richtig schnell raus. Und was habe ich noch gemacht? Genau, die Problemlösung. Das Problem war ja immer, dass der... Ich habe es dann auch irgendwann einmal gesehen. Habe ich reingeschaut. Da waren nur noch 10 Charcoal drin. Also der verteilt es irgendwie gleichmäßig. Und das untere hat immer zu wenig bekommen. Jetzt habe ich einfach hier ein External Storage rangepackt. Mit Whitelist Charcoal und Insert Only. Und immer wenn der quasi von hier die Charcoal importiert. Ah ja. Priority plus 1. Und hier ist Priority 0. Dann versuch das erst einmal hier rein zu packen. Und wenn hier ein Platz frei ist. Ihr seht das selber. Dann pack das erst einmal hier rein. und erst an zweiter Stelle mit Priority 0. Dann hier rein. Das ist wieder der nächste Dia. Und von erst wenn es hier drinnen ist. Kann das auch exportieren dann wieder in den Crafter. Weil hier haben wir ja nur auf Insert Only. Sprich er kann hier nichts rausziehen. Und jetzt funktioniert das Teil. Es läuft. Ich habe sogar am Anfang jede Menge Holzüberschuss gehabt. Und das Teil ist leer gelaufen. Und die Farm ist trotzdem wieder angesprungen. Also ich habe nichts gemacht. Das ist einfach, nachdem das ganze Holz weg war. Hat sich das ein bisschen beruhigt. Der braucht immer noch nur 20 FE pro Tag. Und das Teil läuft. Und zwar nice. Aber es ist immer noch hässlich. Aber das ist nicht ein Problem von der heutigen Folge. Wir werden uns heute um diese Seite kümmern. Ja, da habe ich das extra abgerissen. Jetzt bauen wir wieder was Neues hin. Oben hat sich auch ein kleines bisschen was getan. Wird sich noch mehr tun. Aber egal. Und weil mir das ganz ehrlich zu blöd ist, dass ich immer hoch laufe, machen wir jetzt hier mal wieder ein kurzes Provisorium. Das werden wir dann gleich wieder wegreißen. Das schaut nämlich nicht so schön aus. Wir bauen uns jetzt mal schnell hier ein Crafting Grid hin, damit ich hier zumindest zugreifen kann. Und meine Dias reinschmeißen kann. Nice. Und das Kabel müsste auch schon auf der richtigen Höhe sein. Wir brauchen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke Platz. Zwei nach links. Und eins, zwei nach rechts. Ich habe noch gar nicht erzählt, was ich überhaupt machen will. Bin auch schon wieder so ein Held. Naja, okay. Auf dem Daumenl ist ja drauf. Wir machen heute. Ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. Energizing Orb. Das war mir nämlich letztes Mal zu blöd. Ich habe da quasi per Hand immer das Eisen und das Gold reingestopft. Wir Autocraften mit dem Energizing Orb. Denn, ja, ich hätte da gerne noch ein paar krassere Maschinen. Nicht nur die Ferneter Harden und so weiter und so fort. Und wir brauchen auch in der Zukunft nochmal einiges. Aber wie gesagt, das war mir richtig, richtig zu dumm. Und dementsprechend machen wir jetzt einfach das mit Autocrafting. Und da habe ich sogar im Internet kurz einmal geschaut, weil ich am Anfang nicht gecheckt habe, wie man das am besten macht. Habe dann herausgefunden, dass es mordskomplizierte Lösungen gibt. Habe mir was herausgesucht. Bei dem hätte ich dann drei verschiedene Maschinen gebaut für drei verschiedene Crafting-Rezepte. War aber schon vor ein paar Tagen. Und heute habe ich mich nochmal hingesetzt, wollte das nochmal probieren. Und dann ist mir aufgefallen, dass das total easy geht. Also ich habe im Internet nichts dazu gefunden. Und es geht so einfach. Es geht wirklich absolut easy. Aber das Ganze werden wir uns einfach anschauen. Und zwar, wir brauchen einen Hopperino. Wieso habe ich sieben Hopper übrig? Wieso habe ich sieben Hopper übrig und habe vorher zwölf nachgecraften müssen? Egal. Nicht fragen. Also, okay. Wir haben hier einmal das Kabel. Dann kommt hier ein Stromkabel. Dann kommt hier ein Dingenskirchenkabel. Ja, okay. Also einen Block Abstand. Ist das so richtig? Nein, das ist nicht richtig. Das ist sogar falsch. Ich muss ja hierher. Egal. Ihr wisst überhaupt nicht, von was ich rede. Aber ich hätte hier natürlich auch gern eine Diamond Chest. Und ich habe ja die Silver Chest drüben abgebaut. Dementsprechend haben wir hier eine Diamond Chest. Ich muss hier sogar nochmal um eins weiter rüber. Das war falsch. Ich muss da her. Genau. Dann kommt hier das und das und das und das und das. Sehr schön. Jawohl. Funktioniert. Hoffentlich. Kannst du jetzt bitte da mal etwas draufsetzen? Jawohl. Wir haben den Hopper. Wir haben die Chest. Wir brauchen. Also, hier kommt das ganze Zeug raus. Und hier der Energizing Orb. Vorsicht. Pack mal jetzt einmal hier drauf. Ich lasse jetzt einmal den Hover Mode aktiviert. Denn ich werde da noch öfter drauf müssen. Genau. Denn hier kann man das Zeug rausziehen. Aber der zieht dann nur das fertige Zeug raus. Das finde ich echt nice. Das funktioniert perfekt so. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ich könnte das Ganze auch mit einem Importer machen. Einfach einen Importer unten dran. Und fertig. Das würde auch funktionieren. Aber dann funktioniert das Crafting nicht so, wie man das vorstellt. Werden wir gleich noch sehen. Ich bräuchte bitte noch einen Crafter. Also wie immer, ich erkläre natürlich auch, warum, wieso, weshalb ich was mache, wie ich es mache. Eins davon und zwei davon. Jetzt habe ich, wie heißt jetzt das Zeug? Jetzt habe ich das da reingeschmissen. Das habe ich gar nicht im Autocrafting drin. Habe ich einen Furnace? Machen wir jetzt einen ganz, ganz billigen Weg. Ich packe mir jetzt einfach hier einen Ofen hin, schmeiße das da rein und ziehe mir eine Kohle. Ich will jetzt nicht drauflaufen. Ich habe mir extra einen Crafter runtergebaut, da will ich jetzt nicht drauflaufen. Aber genau, also hier in der Kiste landet das Endprodukt. Und wir müssen das Ganze natürlich wieder importieren von der Kiste. Nice, wir haben sogar einen Importer. Also das war jetzt nicht geplant, sondern es ist zufällig, kann man noch einen. Cable. Genau, also alles was in der Kiste landet, muss natürlich wieder rein in das System. Und ich merke gerade, ich darf hier gleich nochmal umbauen. Denn ich habe da eins Blödsinn gemacht. Genau, und hier packen wir den Crafter hin. Genau, der Crafter soll nämlich das da oben reinpacken. Und das war mein Fehler. Und das ist auch das, was die im Internet alle gemacht haben. Doofes Internet. Die haben da alle oben einen Hopper draufgesetzt. Das Problem ist nämlich, wenn ich hier einen Crafter hinbaue und sage dem, crafte mir mal bitte 5 Blazing Crystals. Dann packt ihr hier 5 Blazing Rods rein. Oder Blazing Rods. 5 Blazer Rods rein. Und das funktioniert einfach nicht. Der akzeptiert es so nicht. Und das ist das Doofe. Und wie gesagt, aber ich habe da eine Lösung gefunden dafür. Was wollte ich überhaupt? Ich wollte einen Crafter. Und die Lösung ist so einfach, aber ich habe es am Anfang nicht gecheckt. Keine Ahnung warum. Egal. Wir haben hier... Ja, das ist schon fast fertig. Da fehlt nochmal viel. Ich mache jetzt erst einmal... Ich hätte hier gern 3 Stück von denen. Und zwar die besseren. Aber dafür brauchen wir ja wieder Zeug, das wir in dem Energizing Orb herstellen müssen. Und ich will natürlich jetzt erst einmal das Autocrafting machen. Und erst wenn das Autocrafting funktioniert, dann macht es natürlich Sinn, dass man hier weitermacht. Sonst kann ich ja wieder per Hand craften. Gar kein Bock. Zack. Ja, das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Aber das werden wir auch noch lösen. Keine Sorge. Und... Funktioniert soweit. Aber jetzt habe ich das andere Teil nicht mehr. Können wir vielleicht noch ein Pattern Grid herstellen? Da brauche ich nochmal so ein Teil. Wieso mache ich eigentlich nicht mehr? Wieso mache ich eigentlich nicht gleich mehr mehr? Schmeißen wir da rein. Ich bin einfach nur zu faul zum Hochlaufen. Schlimm. Absolut schlimm. Ich bräuchte bitte ein Stück dafür. Zack. Und... Hä? Das war das Falsche. Und... Zack. Dann brauchen wir noch Patterns. Und... Nein. Stopp. Dieses Teil. Die Faulheit. Die absolute Faulheit. Was wollt ihr jetzt machen? Ah, ihr wollt das da einspeiern. Genau. Und zwar... Ähm... Hardened, glaube ich... Oder heißt das Hardened? Ich glaube, das ist... Nein, das heißt nicht Hardened. Energized. Energized heißt das gute Zeug. Genau. Und das ist nämlich das, was so nervig ist. Ähm... Weil der eben... Zwei verschiedene Items da drin braucht. Genau. Wir können das Ganze mal kurz austesten. Wenn ich das jetzt da oben reinpacke. Und dann bestelle ich mir hier... Ähm... Können wir mal hier umstellen auf Craftable. Zehn Stück davon. Beziehungsweise... Ich crafte jetzt erst einmal... Zwei Stück. Genau. Also ihr seht selber, das funktioniert. Ein Mann frei. Der packt jetzt hier... Äh... Ein Gold und ein Eisen rein. Und dann wird das wieder importiert. Und ich habe dieses Zeug. Wenn ich jetzt allerdings mehr bestelle... Ähm... Sagen wir mal, ich bestelle jetzt zehn Stück. Ja, ich sehe das selber. Das ist absolutes Chaos. Das funktioniert so nicht. Äh... Ja. Ja. Okay. Also, ihr habt das selber gesehen. Es will einfach nicht funktionieren. Weil der natürlich alles reinstopft, was er nur so findet. Ähm... Da kann ich das nicht mehr abbrechen. Ist das abgebrochen, wenn ich das Rezept rausnehme? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Dementsprechend müssen wir das auf jeden Fall stoppen. Ähm... Und da gibt es eine ganzer, ganzer, ganzer einfache Schaltung. Denn... Dieses Teil... Nein, nicht dieses Teil. Der Hopper. Deswegen ist der Hopper drunter. Jetzt hätte ich fast vergessen, was ihr machen wollt. Ähm... Ich muss wissen, wann in diesem Hopper ein Item drin ist. Und erst wenn hier ein Item drin ist, soll der das nächste Crafting-Teil reinlegen. Sprich, wir müssen das Ganze oben an den Crafter weiterleiten. Und dafür benutzen wir einfach zwei von den Redstone-Torches. Ich benutze jetzt einfach irgendwas, weil ich muss sowieso nochmal austauschen. Da kommt natürlich was Schönes hin. Ganz klar. Ähm... Genau. Also wenn das erste Rezept fertig ist, kann der das in den Hopper rausziehen. Der Hopper, der Comparator erkennt das Item da drin und gibt hier ein Redstone-Signal drauf. Das Redstone-Signal wird nach oben gegeben. Und weil es jetzt invertiert ist, gehen wir es hier nochmal weiter an den Crafter. Und den Crafter, den stellen wir hier ein auf... Und diese Funktion ist absolut nice. Redstone-Pulse-Inserts-Next-Set. Sprich, wenn er mit dem ersten Rezept fertig ist, dann fangen wir mit dem zweiten an. Und das funktioniert. Und wie gesagt, ich habe da mordskomplizierte Schaltungen gebaut. Und ich habe mir gedacht, uiuiui, da kann man das so machen und da kann man das so machen und hier und keine Ahnung, was nicht alles. Mit drei verschiedenen Crafting-Setups. Da war es so einfach. Ich gehe einfach rein. Ähm... Bestell hier bitte mal zehn Stück davon. Dann packt er die ersten beiden rein. Wartet, bis fertig ist. Das gibt dann kurz einen Impuls. Und dann macht er die nächsten beiden rein. Und schon haben wir mir das Auto-Crafting. Ich finde das so nice. Ich mag so Schaltungen. Ich finde das absolut Hammer. Und weil ich natürlich hier diese hässlichen Blöcke... Ich will natürlich hier keine Andesit-Blöcke. Ich meine, die Rückwand muss man auch noch austauschen. Keine Sorge. ...nicht haben möchte. Und weil wir ja ein paar Blaze-Rods übrig haben, dank unserer genialen Farben, haben wir gedacht, wir machen hier einfach mal diesen hier. Und diesen hier. Genau. Und hier wäre es relativ einfach, denn hier brauchen wir immer nur einen Blaze-Rod. Aber es funktioniert theoretisch auch das andere Rezept. Also ich habe es getestet, sogar mit den Nitro-Crystals, die ja quasi zwei Redstone-Blöcke, einen von diesen Blöcken und einen Netherstar brauchen. Funktioniert auch. Genau. Also jedes Rezept funktioniert einfach so mit dieser Schaltung. Wie gesagt, ich habe da Schaltungen gesehen, weil ich mir gedacht habe, Junge, Junge, das ist kompliziert. Wie viel RF braucht eins? 90.000. Machen wir mal 32 Stück. Die Frage ist, wie lange dauert das mit dem blöden, mit dem blöden langsamen Teil? Ah, das dauert schon relativ lange. Das dauert schon wirklich relativ lange. Ich würde sagen, wir packen uns jetzt erst einmal zwei von den weiteren. Die heißen irgendwas mit Rot. Hardened. Nein. Diesen hier. Genau. Und ich habe ein paar von den Items mal ins Autocrafting gepackt, weil mir das... Ich habe mir schon gedacht, dass mir das zu blöd wird. Capacitor. Oh. Die habe ich nicht reingepackt. Ich habe die wichtigsten wieder vergessen. Egal. Machen wir mal... Ernsthaft jetzt? Ich denke nicht. Machen wir mal 32 Stück. Nice. Sehr schön. Genau. Dann können wir hier nochmal ein paar durchballern. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die wieder zusammencraften könnte. Kein Plan. Genau. Und den... Ähm... Was ist das? A Frame? Nein. Casing. Ah, einmal 10 Stück. Jawohl. Genau. Dann können wir uns hier nochmal zwei craften. Und die können wir natürlich auch upgraden. Ah, es funktioniert so easy. Okay. Ich brauche jetzt wirklich Quarzblöcke. Ist ja alles im Autocrafting. Mach halt. Basic. 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 Dann... Hardened. Habe ich die auch gemacht? Nein, die habe ich nicht im Autocrafting. Okay. Das ist... Es ist echt angenehm. Es ist echt einfach nur angenehm. Ich glaube, das war ein Set zu viel. Aber egal. Und... Zack. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt schon mal dreimal diese hier. Dann können wir das schon mal ein kleines bisschen beschleunigen. Und dann muss ich natürlich noch abwarten, bis die Blazing Crystals fertig sind. Eins mehr. Kannst du bitte wieder da rausgehen? Das ist natürlich... Unsere Stromversorgung ist natürlich hier. Also eine kleine Schwachstelle. Ja, okay. Aber jetzt funktioniert es schon mal definitiv dreimal so schnell. Ich würde sagen... Ist das ein Anzeigefehler oder? Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Ich würde sagen, ich warte jetzt mal kurz ab, bis das Zeug hier durchgelaufen ist. Upgrade dann gleich nochmal auf die nächste Stufe. Und... Dann werden wir uns noch ein paar von den großen Teilen herstellen. Genau. Neotic Crystals. Das war das Falsche. Das war das Falsche. Genau. Also ich will jetzt bis Neotic hochgehen. Höher werden wir wahrscheinlich nicht mehr gehen. Jetzt habe ich keine Patterns mehr. Weil... Ach komm, jetzt wirklich. Weil... Wir können einmal kurz schauen. Und zwar... Ich bräuchte hier die Emerald. Also für Spirited bräuchte ich dann wirklich hier Emeralds. Und keine... Ich habe keine Lust Emeralds zu farmen. Ich weiß, dass es relativ flott gehen wird. Aber ich müsste jetzt wieder 1500 Blöcke, keine Ahnung, in irgendwelche Richtungen gehen. Ich würde sagen, wir gehen hier bis Neotic. Und ich denke, dass es auch relativ nah ist. Wir haben ja Dias zur Genüge. Und... Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht. Jo, ich habe jetzt mal ein kleines bisschen weiter gebaut. Ich habe jetzt hier schon mal die Block of Blazing Crystals. Warum? Weil ich kann. Und hier schon mal eine kleine Quarz-Där- und Quarz-Smooth-Zeug-Trennung gemacht. Und mir ist gleich immer das System abgeschmiert. Ich habe einige von den... Also die habe ich auch schon mal geupgradet. Die Energizing Rot Neotic. Und ich habe einige von den Neotic Crystals mit den Diamonds hergestellt. Und da ist mir gleich das komplette System abgeschmiert. Weil die den ganzen Strom wegfressen haben. Ja, man sieht es. Die lutschen richtig. Ich brauche ein Pro Neotic Crystal. 300.000... Ich glaube 300.000 waren das... FE? Schauen wir mal nochmal kurz. 300.000 FE. Ja, das haben wir das System nicht ganz erpackt. Und deswegen habe ich jetzt die beiden Hardened Fernators mal gegen... Oder abgegradet auf Blazing Fernators. Und ja, im Hintergrund auch schon mal ein bisschen ausgebaut und ausgeräumt. Denn ja, das Ganze soll natürlich nicht dunkel bleiben. Ich hätte natürlich das Ganze gern ein kleines bisschen beleuchtet. Bloß noch 23 Sea Lanterns. Hm. Muss ich mich vielleicht doch einmal drum kümmern. Genau, und oben auch nochmal kurz... Äh, nochmal kurz den Hover-Mode aktivieren. Ähm... Da oben fehlen mir noch Blöcke. Merke ich gerade. Hm... Ist was... Irgendein... Irgendein Block... Irgendein Block, der da rein kann. Zack, zack. Da ist dieses Zeug. Und hier kommt nochmal eine Lampe rein. Jawohl. Genau, dann können wir hier schon mal die Lampen reinbauen. Hier hinten kommt noch Deko hin. Genauso wie hier die ganze Fläche natürlich ganz klar. Und dann gehen wir mal wieder nach unten. Und ja, ihr seht es schon. Ich habe momentan, beziehungsweise ich habe es erzählt, die Basic Universal Cable. Und das schaut natürlich doof aus. Da kann man reingucken. Das will ich so nicht. Ich hätte hier... Ja, das Ganze ist von Power. Dementsprechend natürlich auch gern die Power Kabel. Ich habe das ganze Zeug schon mal vorbereitet. Ist mittlerweile alles im Auto-Crafting. Oh. 61 haben wir noch. Ähm... Okay. Ich hoffe, dass mir das reicht. Werden wir sehen. Okay, da haben wir noch ein paar. Werden wir gleich nochmal sehen, warum. Ähm... Nein, die ploppen weg. Oh, aber die speichern die Energie. Beim Upgraden verlieren die komplette Energie, was doof ist. Aber zum Glück, das Speichens ist zumindest hier nochmal. Und... Hätte ich hier eins, hier eins und da eins. Genau, dann passen die natürlich optisch definitiv schöner dazu, zu dem Ganzen. Und weil man natürlich... Ja, ihr habt es ja gesehen. Die brauchen... Ich schalte jetzt nicht mehr aus. Die brauchen richtig Saft. Und ich will ja diese Leitung wegmachen. Ich meine, das ganze System da draußen, das soll ja sowieso früher oder später weg. Und da soll er mal vernünftige Stromversorgung hin. Ich merke gerade, ich habe ein Kabel vergessen. Das ploppen wir nochmal da oben dran. Und deswegen möchte ich hier oben gerne eine Energiezelle hinbauen, die die ganze Energie empfängt. Und das ganze machen wir wireless. Haben wir schon mal gemacht mit dem Starter. Ender Cell Starter. Und ich würde sagen, wir machen das hier gleich mit Neotik. Ich weiß nicht, haben wir alles? Nein. Oh, uns fehlt noch ein Teil. Uns fehlt da noch was. Uns fehlt da noch dieses Teil hier. Okay. Das ist auch wieder so ein Rezept. Naja, okay. Dann rein damit. Einfach rein. Wie viel Energie frisst das? Ha! 50.000. Ist ja nichts. Genau. Da kann ich nur mal zeigen. Wie gesagt, das funktioniert alles richtig nice. Wenn wir eine Eye of Ender hätten. Jetzt ernsthaft? Daran soll es jetzt scheitern? Ich denke nicht. Ich mache jetzt einmal ein paar. Ich mache mal ein paar. Ein Stück bitte. Her damit. Huh! Okay. Ja, das ging flott. Das ging recht flott, muss ich sagen. Nice. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt die Ender Cell Nitro. Die ist natürlich momentan auch oben mit verbunden. Die speiert 100.000 FE. Die werden natürlich jetzt leer gelutscht. Wie gesagt, momentan ist es nach oben verbunden. Später. Ha! Die haben wir jetzt in Channel 1. Channel 1 ist ja unser Teleporter. Die haben wir jetzt komplett leer gelutscht. Was natürlich doof ist. Wir gehen hier auf Channel 2. Genau. Dann bekommt die momentan die Energie von oben. Weil es natürlich die einzige auf dem Channel 2 ist. Ja, und jetzt hat auch 0 FE. Ich habe mich schon gewundert, wo die 100.000 FE herkommen. Die hat natürlich so keinen eigenen Speicher. Aber ich würde jetzt gerne was probieren. Und zwar haben wir alle von diesen Batteries eingespeichert. Bis zu Neotica. Das ist die Frage. Kann ich das Auto craften? Scheint zu funktionieren. Okay, er fängt mit dem Blaze Rod an. Wie viele Blaze Rods braucht er denn da? Oh ja, doch. Da braucht er. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Okay, aber ihr seht das selber. Das geht relativ flott durch. Das geht relativ flott. Sehr schön. Da oben muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Das muss ich noch ein bisschen anders gestalten. Merke ich gerade. Wobei wir. Ja, man geht ja nicht direkt hin und schaut oben rauf. Ich kann da oben die Dirtblöcke leider nicht ersetzen. Weil da drüber nämlich. Doch, ich kann die ersetzen. Da ist ja noch ein Block weiter oben. Okay, dann werde ich die auch noch ersetzen. Keine Ahnung. Da werde ich mir noch was einfallen lassen, wie wir das schön machen. Und... Okay, ist schon fertig. Ja, nice. Ähm... Battery? Nein. Hat er die jetzt? Doch, Battery. Er hat die fertig gemacht. Okay. Shift. Klick. Jawohl. Genau. Oh, 25 Millionen FE. Also wenn wir da in Zukunft einmal was craften müssen, dann sollte das relativ flott gehen. Und ja, das Problem ist, momentan mit unserer Energieversorgung, mir wird wahrscheinlich dieses System kaputtballern. Aber ich hätte hier gerne, ähm... Eigentlich bräuchte ich, was weiß ich, 300, 200, 300 Stück oder was davon. Fragt man sich natürlich, für was braucht man so viele von diesen blöden Neotic Crystals? Ja, weil ich natürlich wieder komplett wahnsinnig bin. Und ja, da habe ich gesehen, es gibt Block of Neotic Crystal. Und am Anfang habe ich überlegt, dass ich das aus Diablöcke, die Rückwand, baue. Aber das ist ja... Ich will die komplette Rückwand aus Neotic Crystals bauen. Was absolut schwachsinnig ist. Aber, ähm... Wenn man kann, dann kann man, würde ich sagen. Zack. Sehr schön, genau. Und dann will ich das Ganze noch ein kleines bisschen einrahmen, dass das Ganze ein bisschen schöner ausschaut. Ähm, dass man quasi hier... Ähm, nicht zugreifen kann. Muss man auch in Zukunft nicht mehr. Ah, und wenn dann... Egal, ich habe Silk Touch. Wo habe ich denn das jetzt hingebaut? Genau, dann kann man einfach den einen Block wieder kaputt machen. Und alles gut. Zack, zack. Und... Da verbindet er sich. Aber das ist... Es ist doof, dass man es nicht irgendwie deaktivieren kann. Ähm, aber okay. Damit würde ich sagen, kann ich leben. Genau, der kommt natürlich hier wieder weg. Ähm... Ich mache jetzt mal hier ein Cable hin. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur für momentan, dass wir hier arbeiten können. Kommt natürlich dann logischerweise wieder weg. Ganz klar. Und... Könnte man schon den zweiten Block machen? Es geht relativ flott, aber die Energie ist auch relativ... Oh, da sind 1,3 Millionen drin. Hm. Muss man das einmal anschauen, wie das da oben aussieht. Ja, da müssen wir zumindest den Block hier nochmal austauschen. Ich glaube, wenn man den Block da oben zumindest austauscht, dann müsste es eigentlich passen. Genauso wie hier natürlich den. Komme ich da irgendwie noch ran? Jawohl. Ja, und da habe ich jetzt noch eine kleine Aufgabe. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Keine Ahnung. Egal. Aber dann würde ich sagen, ich warte jetzt da nochmal kurz ab und dann schauen wir uns das Endergebnis nochmal an. Jawohl. Und da ist auch der letzte von den Neotic Crystals nochmal durchgeballert. Ähm, wo wollte ich hin? Ich wollte hier. Und wollte den letzten Block craften. Dann setzen wir den hier noch ein. Da oben, das habe ich ausprobiert, aber es macht keinen Sinn. Also man schaut an diesem Block eigentlich fast vorbei. Dementsprechend lassen wir das jetzt einfach so, wie es ist. Wir machen hier nochmal das Zeug hier weg. Sehr schön. Und setzen auch hier nochmal die letzte von den Light Blue Stained Glass Pane. Und ich finde das eigentlich ganz nice. Bis auf die komischen Schattenfehler da oben wieder. Ähm, ja, okay, das ist jetzt nicht so toll. Aber im Großen und Ganzen, ich finde es genial, das Teil. Es funktioniert hammerschnell. Also Neotic Crystal in zwei, drei Sekunden fertig. Oder vier, fünf Sekunden von mir raus. Ähm, wenn der Energiespeicher dann nochmal voll ist, dann sollte das auch kein Problem mehr darstellen, wenn wir hier mal mehr craften müssen. Ich finde es einfach nur nice. Jawohl, und damit war es dann leider auch schon wieder für die Folge heute. Ähm, kleine Sache noch. Ich habe es wieder komplett vergessen zu erzählen. Deswegen machen wir das jetzt nochmal ganz zum Schluss. Ähm, OP habe ich gut überstanden. Ich habe jetzt ein Loch im Fuß, so zwei, drei Zentimeter im Durchmesser. Ich weiß nicht genau, ich habe es noch nicht gemessen. Ähm, aber alles gut soweit. OP ist gut verlaufen. Ich hoffe, dass das jetzt endlich einmal ein Ende nimmt. Ich habe da schon länger Probleme damit. Aber keine Sorge, ist nichts Weltbewegendes. Ist einfach nur ein Ärgernis. Ja, aber soviel dann auch schon wieder dazu. Wie gesagt, ich bedanke mich wie immer fürs Dabeisein. Wie immer noch zum Schluss meinen Wunsch. Bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.